Bei Küchenbauer stimmt das Gehalt. Bei mir ein gesundes Arbeitsklima sehr wichtig ist. Weil ich hier Spaß an der Arbeit habe und meine Leidenschaft zum Beruf machen kann. Weil es bei Küchenbauer nicht langweilig wird. Weil mir das Arbeiten meinen Kollegen viel Spaß macht und weil die Küchenmontage sehr vielseitig ist. Modisch macht uns keiner so leicht was vor. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Das war's für heute.